Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Pumpe eines etwas älteren Bauknecht Wäschetrockners reinigen könnt. Bei den älteren Geräten liegt die Pumpe hinten, ihr müsst also die Rückwand entfernen. Ehe ihr an die Rückwand kommt, zuerst die drei Schrauben von der Arbeitsplatte lösen, dann die Arbeitsplatte nach hinten wegziehen und dann sämtliche Schrauben an der Rückwand lösen, auf beiden Seiten. Nachdem diese Schrauben gelöst sind, könnt ihr die Rückwand etwas nach hinten wegziehen und nach oben wegheben. Die ist unten nur in das Plastik eingerastet, dreht die Rückwand zur Seite und schon könnt ihr einen Blick in den Trockner werfen. Wenn ihr das Gerät einmal offen habt, schraubt am besten auch diese ganzen Schrauben heraus. Dahinter befindet sich das Heizregister, auch das verflust ganz gerne und sollte gereinigt werden. Die Pumpe befindet sich bei diesem Gerät rechts unten und ist mit drei Krallen befestigt, eine links, eine rechts und eine hinten. Die Krallen schiebt ihr nur zur Seite weg und danach könnt ihr die Pumpe anheben. Entnehmt die komplette Pumpe. Das ist etwas hakelig, da die ganzen Schläuche noch dran sind. Die müsst ihr aber nicht extra abmachen und schon könnt ihr die Pumpe reinigen und natürlich auch, wenn möglich, diesen Pumpensampf. Auch da befinden sich öfter mal Flusen drin. Wenn ihr einmal alles abgebaut habt, schaut euch auch diese Schläuche an. Auch hier befinden sich ab und zu Flusen. Weitere Informationen findet ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr ein Abo dalasst oder mir einen Daumen nach oben gebt.